Heidi, schau her, ich zeig dir, wie ein richtiger Kanzler läuft. Gut! Uschi, warum bleibt der Söder die ganze Zeit zickzack? Ach, das ist normal bei dem. Dem fliegt die Richtung. Mal ist er für den Fortbestand von Diesel- und Benzinautos, dann wieder für Wasserstoff und immer hin und her. Hey, Markus, lauf gerade! Mach ich doch. Da müssen wir wohl zu härteren Mitteln greifen. Ja, feiner Junge! Uschi, weißt du, usch! Ja, fein machst du das! Juhu! So, da geht's nach Bayern, Markus. Sehr gut, immer da in Schlangen.